So, dann machen wir doch mal weiter und zwar in wie wir diese Tür hier gehen. Oh, und hier ist auch schon der zweite Drache. Den ersten hatten wir ja da, der zweite ist hier. Genau. Und jetzt mal in diesem Raum umsehen. Da ist schon mal ein Schlüssel, da ist eine Fackel daneben, die wir nicht mitnehmen können, weil wir sonst tierisch überladen sind. Okay, und... Oh, was ist hier? Hm, sieht wie ein schicker Schatz aus. Äh, und der hier will? Macht da einen Weg auf... Ah ja, zurück. In den Gang. Okay. Dann sacken wir jetzt erstmal den Schlüssel ein. Und, äh... Hey, Brokkoli, wo kommst du denn her? Ist hier noch mal irgendwas aufgegangen? Gemeinheit. Dann würde ich sagen, suchen wir mal die Wände ab. Ob hier irgendwas ist. Nö. Nö. Da ist dieses Zeichen da oben. Was auch diese Rode, die manchmal hier versteckt ist, hindeutet. Aber ich sehe so weit... Nichts. Dafür höre ich Skelette. Wo kommst du denn her? Wow. Warum verfehle ich dich da an? Stimmt, hier spawnen... Hier spawnen Skelette, sobald man... ...beide Schlüssel hat. Da kann ich mich auch noch erinnern, aber nicht daran, dass es so gut war. Wie auch immer ich das jetzt gerade hingekriegt habe, ist das... ...sagt cool aus. So. Okay, ich finde es auch so, dass ich ein Level abgekriegt habe. Aber nicht so toll, dass die beiden mir hier noch alles tragen wollen. So. Was wir hier zumachen. Ufala. Skelettgemetzel. Dann gucken wir mal nach Level-Ups. Ich habe jetzt 31, 33. Wie viel habe ich jetzt danach? 34, 37. Sie kriegt diesmal... Eismagie kriegt sie eigentlich nicht mehr, was wirklich Interessantes. Außer die Willpower halt. Deswegen geht sie vorerst mal auf Speercraft. Das ist mir einen Augenblick lieber. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, wieder zurück. Ich will noch mal kurz gucken, wie ich hier reinkomme. Das ist ein festes Gitter, oder? Ja. Aber das ist ein bewegliches. Das ist eine Gittertür. Vielleicht machen die Schalter hier draus. Hat das was gebracht? Nö. Noch mal die Wände absuchen. Also hier ist nichts. Machen wir mal hier noch mal zu. Hat sich da hinten noch mal was bewegt? Nein, das war nur mit Banneschein. Hier ist auch kein Knopf versteckt. Also können wir hier ruhig wieder aufmachen. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Was auch immer der gut ist. Ist der vielleicht, um das wieder aufzumachen, wenn man drin gefangen ist? Moment, das probiere ich mal aus. Ob das vielleicht so getimt ist. Tatsache. Sieg wird gefunden und wir sind hier drin eingesperrt. Äh, erstmal was essen. Dann kannst du dir die Gantlets angucken. Plattenhandschuhe. Plus zwölf, plus sechs. Wiegt nur ein halbes Kilogramm mehr. Ah, das ist gut. Dann bleiben. Na, die können wir erstmal bei ihm mit. Bis wir den Weg nach unten gefunden haben. Jetzt ist sie überladen. Fackel ist zu viel. Dann bleibt mal eine von denen. abgenutzten Fackeln hier zurück. Mana hat sie wieder genug. Dann gehen wir mal raus gucken. Das war nämlich nicht die letzte Scandletche. Oh. Nein, definitiv nicht. Uah. Na, so viel Schaden macht ihr gar nicht mehr. Sind noch mehr Skelette hier. Könnt euch ruhig melden. Hier scheinen schon mal keine zu sein. Hier auch nicht. Gehen wir mal zu blauen Kristall. Ich will hier keine Skelette mehr. Aber Kristall kurz anklicken. Jetzt will ich mal kurz gucken. Ich stehe schon genau richtig, oder? Da ist der erste Drache. Und da der zweite. Ja, ich stehe genau richtig. Also, wenn ich hier stehen bleibe. Und kurz warte, müsste die Tür aufgehen. Bestelligen wir das mal durch Erasten ein bisschen. Und Bingo, die Tür ist offen. Und hier drin haben wir Spirit Mirror Pendant. Äh, 25% mehr Erfahrung. Okay, wer kriegt das? Du hast 37.000, 34, 35, 37. Da kriegst du das mal. So. Sie macht, kriegt ja immer volle Erfahrungspunkte eigentlich fast immer weg dem Eis schaden. Deswegen braucht sie das wahrscheinlich nicht so sehr. Und wir haben das Stockwerk abgeschlossen. Da ist zwar nicht etwas. Hä? Was ist da? Da will ich mal hingehen. Da ist ein Fitzelchen auf einmal aufgetaucht. Hoch. Was steht hier? Deine Füße werden dich hier niemals hastig genug tragen. Damit ist wahrscheinlich dieses Zeiträtsel hier gemeint gewesen. Aber das haben wir ja schon längst gelöst. Hm. Okay. Haben wir das auch aufgedeckt? Diese neue Ecke. Und können mal runtergehen, wollte ich gerade sagen. Aber Thalisa hat ein Level abgekriegt. Das geht mal wieder. 19,23. Integer. Jetzt hat sie 21. Also jeweils zwei Punkte Integer machen ein mehr Tech Power. Gut zu wissen. Hä? Ja und das hier kenne ich doch sehr gut. Hier an der Seite steht nämlich, das hier ist eine Falle. Wenn man auf die Web guckt, steht hier auch, wir sind gefangen. Also sobald wir hier drauf treten auf die Platte, geht die Tür hinter uns zu. Und es tauchen Spinnen auf so. Weil ich weiß, deswegen war... Flucht. Es war sehr schnell Flucht in diese Richtung. Geht sterben. Ja, hier in dem Raum sind wir einigermaßen sicher. Weil hinter uns hinten ist nur ein geschlossener Gang. Soweit ich das noch richtig weiß, gucken wir mal. Ja, ich höre schon mal Schnecken. Und hier sind die verfluchten Hallen oder die spukenden Hallen. Und hier sind Schnecken dahinter. Ja, also hier sind wir einigermaßen sicher. Und können jetzt erstmal ihm Streitkolbenpunkte geben. Oh, plus 1 Vitality. Das ist gut. Geht in Zukunft mehr Lebenspunkte beim Level ab. So, jetzt müssen wir als nächstes Spinnen töten. Und dann kommt noch was garstigeres zum Töten. Etwas, was mehr garstig ist, was schlimmer ist. Aber das werden wir ja gleich sehen, wo die Spinnen los sind. Etwas, was ist das? Etwas, etwas, wer willst du? So. Einen Schinken. Den kann er nicht tragen. Den kann er auch nicht tragen. Kann sie ihn tragen? Nein, kann sie ihn tragen? Nö. Hat jemand Hunger genügt? Ja, er hat Hunger, also kriegt er den einen Schinken. So, und jetzt werde ich mal gucken, wo treibt er sich? Da ist wieder eine Krabbe drin. Also ich will ihn schon mal stampfen, nur da ist er auch schon. Der Ogre. Wenn ich nicht kaum Schaden mache. Nicht mal mit meinem Backstep. Ich will jetzt auch. Ja genau, wenn gegen die Wand. Backstep macht Schaden. Das war ein Mist. Und ja, jetzt müssen wir mit dem Ucker Pingpong spielen. Wow. Ich will den immer wieder hauen, wenn er vorbei kommt. Oder wenn wir ihn eingefroren haben. Schöner Jab. Backstep. Und tot ist er, Gott sei Dank. Und ja, der hat überhaupt eine Ogre-Keule. Ein Ogre-Hammer. Attack Power 36. Treffsicherheit minus 20. Also wenn wir den anlegen. Oh, haben wir zwar 43 Attack Power, aber vier Treffsicherheiten. Ich glaube, da machen wir nicht genug Schaden. Und hier haben wir einen Sack mit Essen. Okay. Da stopfen wir noch mehr Essen rein. Haben ja genug. Hu und Milkweed. Davon haben wir ja bis jetzt nur eins. Brauchen wir zwar nicht unbedingt. Aber gut. Und den Sack lassen wir mal da mit dem Essen. So, jetzt will ich mich mal kurz hier umgucken. Hier in der Haupthalle. Hier haben wir uns ja noch nicht... Hier haben wir ja noch ein bisschen was zu entdecken. Halls of Fire. Nein, in die will ich noch absolut nicht. Da kommt nämlich nachher auch noch was Gemeines. Oh, Spille. Das war ein schöner Backstab. Und ja, hier hinten gibt es nochmal Spinnen. Aber ich möchte was anderes gerade. Hier unten müsste es nämlich irgendwo den blauen Orb geben. Hm. Ist in der Fackel halt doch rum eine Fackel drin gewesen. Nein, da war keine drin. Weil ich höre hier was. Oh, ja. Ich höre hier definitiv was. Einige mehr. Auf uns zukommen. Gut. Und ein Secret. Ein Frostbite Necklick. Frostresistent. Resistenz plus 50. Naja. Äh. Und ein Knopf. Der etwas aufmacht. Ja, genau. Die Kammer des Orbs. Der müsste da hinten irgendwo liegen. Aber bevor wir hier weitermachen. Ich schlafe mal kurz. Weil mit keinem Mana wäre es hier etwas schlimm weiterzumachen. Denke ich mal. Ich glaube nämlich, wenn man den Orb rausnimmt, passiert was Schlimmes. Schlimmes. So. Okay. Ah ja. Wenn ich auf die Druckparte drauf trete, dann geht der Teleporter vor uns aus. Und da kann ich schon mal nichts drauflegen. Also es ist auf der vor uns. Auf die kann ich was drauflegen. Dann geht der andere Teleporter aus. Und werde ich hier hin teleportiert. Zurück an den Eingang. Okay. Geht da dem Teleporter ist eine Druckplatte. Also gucken wir mal. Schorike geht nicht weit genug. Deswegen müssen wir den Bogen wohl schließen. Okay, der Bogen hat gewirkt. Und irgendwas ist jetzt anders geworden. Ah ja. Der Teleporter aktiviert das hier. Also jetzt sind die Druckplatten invertiert worden. Ist ja mal nett. Das kann ich mal schließen. Das kann hier rein. So. Und da ist der Orb. Okay, ihn zu finden macht noch nichts Böses. Aber ihn wahrscheinlich rauszunehmen. Deswegen speichere ich hier jetzt erst einmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020